Was ist das Currywurst? Die Currywurst ist eine Fastfood von Deutschland aus Berlin ursprünglich. Es ist die Wurst mit Tomatensauce und Curry. Die Zutaten sind Halbszwiebel Ein Noblauch 250 Gramm Tomaten 1 Esslöffel Zucker 2 Esslöffel Apfelmus Halb Tielöffel Apfellessig 1 Tielöffel Senf 1 Esslöffel Curry Halb Tielöffel Salz Pfeffer und Olivenöl 4 German Wurst Die Zubereitung ist Erhitzen Sie Olivenöl in einer Pfanne Fugen Sie die Tomaten und Schaufel Zucker und lassen Sie sich ein paar Minuten stechen. Integrieren Sie das Püree und Apfellessig Integrieren Sie das Senf und Curry Integrieren Sie das Salz und Pfeffer Lassen Sie die Sause kochen Das Olivenöl Erhitzen und kochen die Wurst Und hier ist das Curry Wurst Essen Sie das Curry Wurst mit Kartoffeln Wir machen eine Pfanne